Ja, und hier ist wieder E-Gaming-LP, LP27, und hier der Typ, der guckt auf uns. Guckt. Bam. Wichser. So, äh, ich guck jetzt mal, ob ich eventuell meinen Kopf an der Schena gemacht kriege, weil das loggelt ja wirklich gar nicht. Gesicht. Ähm. Ähm. Wie macht man das? Geschlecht, Körperbau, Haut. Körpermaske. Farbe. Ne. Wie, Farbe? Keine Ahnung. Ne, 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 ne Farbe. Hautfarbe. Gesicht. Ähm. Ich mach einfach mal... Große Narbe 4. Joa. Vergesst das. Den shit machen wir nicht. Ich brauch ja kein Scheitel. Erinnert sich überhaupt irgendwas? Ich hätt gern mal... Ey. Wie haben wir denn das dann immer am Anfang gemacht? Ich mein so... So ein Kopf. Ungefähr, weil das dort geht ja wirklich gar nicht. Egal, jetzt schwirren wir einfach mal so ein bisschen an den ganzen Faktoren rum. So lange, bis es mir gefällt. Jupp. Riesen-Adams-Apfel. Hä? Ich zieh an Doppelkinn-Tiefe rum und der Adams-Apfel verändert sich. Okay. Nö. Ich hab noch sechs Puppen gefunden. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich... Also zumindest mein Kopf wird sich wohl nicht wahnsinnig viel verändern. Ich mein, weil... Nö, irgendwie verändert sich das jetzt gar nicht, dass... Mein Kopf ist irgendwie aus ganz vielen Quadraten aufgebaut. Gut. Uwe, Schwart bringt sowieso nix. Ciao. Jo. Egal. Ich weiß nicht, das ist doch irgendwie mein Markenzeichen. Ähm. Jo. Bis jetzt noch nichts so viel Produktives gemacht. Steigen wir das Auto in? Ne. Mein Auto. Gut. So, ich mach, äh, mal Auftrag an. Und zwar mach ma... Telefonfreak. So, während du mich noch hinfährst, ess ich Eis. Hahaha. Eigentlich mein Ernst. Ajo. Es ist kompiling. So, was ist nächstes? Mein Ding, Jax. Okay. Smiling, Jax. Go there. Okay. So, ich auch keine Idee, was du machst, oder? Fangen, halt? Ja! Ist klar! Nimm die Bricksonne! So. Jo. Ist okay, weißt du? Halt die Klappe, ist dein Eis. Nomomom. Nomomom. Fick dich einfach. Nur weil du neidisch bist. Hm. Ich hab kein Eis. Doch, will ich nicht abfahren. Ich bin doch dein Abfahrt. Maja. Ich wurde nur nur ein Tor gesagt haben. Ich mein... ...dir ist schon alles zuzutrauen. Hey, hey, Eis open. Warum sind die Taxis hier eigentlich grün? Wer in der Testaufnahme kennt, kennt gerade einen Satz rauskriegt. Er hat gar keine Meinung. Lass niederdreht, ey. Huuuuh. Ja. Wieso fährst du dann doch davon weg? Magst du was? Die Straße hier rüber geht, alter. Ja, sie ist so hüiig. Wesche, ich wäre ausgestiegen, Flo. Aber ich muss daher gerade Eis essen. Hüiihihi. Oh, sauber. Oh. Kalt. Hey, Eis open. Kalt. Siehst du? Oho. Brain freeze. Oh. Kurz davor. Oho. Das muss man vielleicht Video gucken, oder? Das muss man schon die Dosis hier. Na, aber wenn du das jetzt mal Eis auskriegst? Ja, guck, ich fühle mich ein bisschen weir, eine Konversation zu haben. Oh, mein Gott. Total agree. We should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. We took care of the Deckers. Sure. Let down your garden suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and Moonlighting as a dominatrix. We've created a big enough disruption for you to move on Matt Miller. But if you want the Deckers gone like really gone, there's a lot of work to do. Alright. I'll hit you up if any more help. Ciao. Remember, throw out your phone. Nicht so gestört, die Tosi. Oh, man. So, jetzt so ein unideas Video. Ja. Es ist so klar. Weh, du steigst mein Auto. Okay, stein nochmal aus. Super, klasse Quest gewesen. Aber das war der Quest. Ich möchte, wenn du diesmal gut machen, wir zwei Quests in dem Video. Oh, da wird's irgendwo drin. Okay, hier nicht. Ja. Okay, ich hätte mir die56-Braft hin. Oh, warte mal einen Sekuen, siehne jemand ist folgen. Ich habe nicht viel Zeit, also kasselig auf. Es gibt ein Container von Mädchen, die in das Bord des Baumes verteilt worden sind, um den die einem Morningstar loss- und Rating des Saints zu vermitteln. Ich habe dir mit dem Baumes runtergebracht. Wer ist das? Ok, genau so Juckel Tja Ladebild L-la, ladebild Maybe these girls won't try to kill us See, they have to bring that up Hey, jet skis Crazy bitches with guns are memorable You taking your time getting there You wanna drive this thing? Just checking back there Hehehe Was soll die einfach so? Ok, probier mal die andere Rampe Oh, haha Meine Motte, wie hoch kommt man So Du stirbst Fährt leider nicht weiter, mal rutschen sogar noch mal runter, steigen mal so ab Ha, und mal spawnen oben, ist klar Ich brauche eine andere Waffe Oh, was geht denn ab mit euch? Du musst die Container einfach öffnen Oh Klar, und ich hab die Nete gezogen Und sie sind sicherlich stecken Jesus, wie viel Platz die sie in bringen Na Ok Halbe Nete, nur noch eine Raketenwaffe drin Nice Und ich meine, dort tausche ich doch mal ganz kurz meine Moluskenwaffe dagegen aus Weißt du was der Moluskenwaffe ist? Waffe Das ist kumbische Oktopusvieh Hast du schon eine Nutte gefunden? Nee Hast du überhaupt schon einen Container aufgemacht? Nee Ich schneide die ganze Zeit Leute ab Schon gerade zwei Hitschots vergelangt Ich mach einfach alle Container auf Ich mach einfach alle Container auf Eigentlich müssen wir nur noch mal Waffen da die ganzen Teilen upgraden Alle wo sind dann die bitte? Ja, da sind sie bestimmt drin Ha, da hab ich eine gefunden Ha, da hab ich eine gefunden Sind ihr nur... Oh ja, okay Was ist denn da mit dem? Was ist denn da mit dem? Was ist denn da mit dem? Uah, nee, ich... Uah Oh, Schlägertyp! Ja, der hat mich gerade umgerannt Ich komm da helfen Ich bin immer irgendwo gespawnt Ey, der hat's halt auf dir gefahrt, Wäsche Ha, so Nee Mwah Nicht schnell genug Ja Das war's explodiert, wo ich... Ha, ha, ha Oh, nee Ja, na, 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 na Nee, komm, ich hab das jetzt AIMO AIMO in deinem Stil gemacht Ist das dein verfliegter Arsch? Der lebt noch Ich muss erst mal deinen Jetski da wegfahren Mit ich den nochmal hochtappen darf Ja Da ist wohl schon 8 Nuten drin 8 Nuten Sicher? Ich könnte dich auch anders da rein, Kollegin Ach, nee Ah, nee, easy, äh, ja Arsch, inzwischen? Ich hab mal irgendein End-Off gemacht Irgendein Container Da muss ich das wirklich alles allein machen Ich will End-Off machen, dann Ist lo, äh Der Schlägertyp kommt Ist klar Ja Oh, oh, oh Oh, oh Mäscherat Ups Guck mal Jetzt bin ich tot Komm schon, ich bin noch nicht Doch, ich bin tot Ja, ich brenne Also ich bin... Also lowlife Ist ein bisschen knapp So Ey, der hat 2 getroppt Was? Ja, super Und wer macht jetzt einen Teil auf? Mach doch hoch So Weil... Na Ja Ja Ich bin ganz hoch Jetzt ein Saug Diesen Warum haben wir die Mini-Gans geheult? Ehhhh Ehhhh Ehhh Ehhhh Ehhh Kannst du ruhig öffnen, dann falle ich nämlich gar nicht. Der letzte ist sowieso hin rechts, Mike. Welcher sonst? Ah, du morrst schon noch mal. Du bist ja wie in einem Highschooljahr. Ich freue mich schon auf die Uni-College. So, na, so. Geht jetzt der Quest, muss er ernst. Können wir drüberjumpen? Kannst du nicht ordentlich sprinten, damit er springen geht. Was für'n Boot. Oh, die ballern mal jetzt einfach leer. Hey, weißt du, wie viel Stress das ist? Schon so einfach weggeschmissen. Ja, schon darfst du mal. Ah, hier haben wir Waffe gewechselt. Hahaha, hier haben wir nie eine. Was für Angreifer und was für'n Boot. Guck mal, dass ich die Angreifer kenne. Und komm mit nem Heli. Pfff, Arschgelenk, schau ne Minigun. Schon einfach alle zerbastet mit dieser Minigun, ey. Hä? Hast du den Auftrag verlassen? Hast du den Auftrag verlassen? Hä? Ne, verlassen anscheinend. Ei, ähm. Ich würd' sagen, wir machen zwar jetzt Take-Ende, aber wir machen den einfach grad nochmal. Da teile ich den LP28 einfach, wie mir jetzt was gefällt. Nur mal aufholen. Also, Biggie. Also, Biggie.